Bei einem Angriff in der Ukraine ist US-Journalist Brent Renault getötet worden. Ein weiterer US-Journalist sei bei dem Angriff im Vorort Irpin, nordwestlich von Kiew, verletzt worden, sagt der Chirurg Danilo Shapovalov, der als Freiwilliger vor Ort im Einsatz ist. Die ukrainischen Behörden machen russische Truppen für den Angriff verantwortlich. Überprüfen lässt sich das nicht. AFP-Reporter in dem Gebiet vor Ort hörten Artillerie und Gewehrfeuer. Dem Mediziner zufolge waren die beiden Journalisten mit einem ukrainischen Zivilisten in einem Auto unterwegs, als der Wagen von Kugeln getroffen wurde. Auch der Zivilist wurde demnach verletzt. Irpin ist seit Tagen Ziel russischer Angriffe. Ein AFP-Reporter in Irpin sieht die Leiche des Getöteten. Bei sich hat er neben Ausweispapieren eine Akkreditierung der New York Times. Dieser erklärt, bei dem Getöteten handelt es sich um den 50-jährigen Fotograf und Kameramann Brent Renault. Er habe in der Vergangenheit mehrfach für die Zeitung gearbeitet, sei in der Ukraine aber nicht für sie im Einsatz gewesen.